Heute sind wir zu Besuch bei Cappy vom Radio Gong Team im Funkhaus Würzburg. Wir haben hinter die Kulissen des Radios geschaut und uns über den Beruf des Radiomoderators schlau gemacht. Drei Dinge, die meinen Beruf beschreiben. Kreativität, Spontanität, Verrücktheit. Wie bin ich auf den Beruf gekommen? Ich wollte irgendwas mit Medien machen und mein zweites Praktikum hat mich dann hierher geführt, ins Funkhaus Würzburg und da bin ich dann auch tatsächlich hängen geblieben. Was mich glücklich macht an meinem Beruf ist, dass kein Tag wieder andere ist und man täglich mit Hörern zu tun hat, die noch ein bisschen verrückter sind als man selbst. Wie schaffe ich es immer gute Laune zu haben? Habe ich gar nicht, aber ich muss es halt dem Hörer so verkaufen. Und das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich sage am Ende wie immer, don't worry, be happy. Ciao. 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 Vielen Dank.